Europa ohne klare Führung, so scheint es. Bei uns ist Arne Lietz von der SPD Mitglied im Europaparlament, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Wie sollte denn jetzt eine klare Ansage aus Europa in Richtung USA aussehen? Ich finde die Ansage, die die Bundeskanzlerin gewählt hat, sehr gut, nämlich dass wir in einem gemeinsamen Wertesystem unterwegs sind. Nämlich viele Dinge, die Trump im Wahlkampf genau anders ausgesprochen hat. Es gilt die Religionsfreiheit, es gilt die Gleichheit zwischen Mann und Frau, kein Sexismus. Und wir sind hier gemeinsam unterwegs und Martin Schulz hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, die transatlantischen Beziehungen werden hier schwierig werden. Und das glaube ich auch. Sie waren in den USA, unter anderem in Texas, im Wahlkampf. Warum unterschätzen die Europäer offenbar den Willen der großen schweigenden Mehrheit? Ich glaube, auch die Amerikaner waren überrascht, nicht nur die Europäer. Wir waren in Texas interessanterweise, um zu gucken, ob es ein Swing State werden kann, also ob es ein Swing State werden kann, vor dem Hintergrund der Hispanics, die dort wohnen. Das ist bei Weitem noch nicht der Fall, wie wir jetzt gesehen haben. Und wir haben gemeinsam unterschätzt, wie groß gegen das politische Establishment die Menschen ihre Wahlentscheidung wohl gefällt haben. Und hier gilt es, auch das System der politischen Situation in Amerika zu hinterfragen. Welche Kontakte haben eigentlich Europaparlamentarier wie Sie zu Republikanern, die jetzt in der Nähe von Trump sind? Gibt es da welche? Alle sagen ja, wir wissen gar nicht, was der will. Genau, das ist der Punkt. Das ist uns mehrfach passiert. Es gibt aktuell nicht mal ein Team, was Trump aufgestellt hat, dass wir überhaupt gar nicht wissen, für welche Außenpolitik steht er überhaupt. Wir haben so Kontakt zu Republikanern gehabt, die sich ja ihrerseits von Trump auch distanziert hatten. Vor dem Hintergrund hat heute Morgen in der Auswertungsrunde mit dem amerikanischen Botschafter und der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hier auf einmal das Rätselraten stattgefunden. Ja, wer wird denn was? Eine Situation, die wir so eigentlich aus den letzten Jahrzehnten gar nicht kennen, weil man zumindest beide Lager kannte und wusste, dass dann eine andere Politik passiert. Aber hier stehen wir vor einem großen Fragezeichen. Er hat sich ja im Wahlkampf Trump gegen Freihandel ausgesprochen. Ist TTIP damit tot, dass Freihandelsabkommen mit den USA das unterschrieben werden soll? Das Freihandelsabkommen mit den USA ist vor dem Hintergrund auch über die Sozialdemokratie gesetzten Grenzen, die wir aufgesetzt haben, eh bis jetzt in allen Punkten überhaupt nicht weiter diskutiert worden. Hier hat die USA in den letzten Monaten nicht geliefert. Jetzt ist es noch mehr tot. Und ich glaube aber, das Wahlergebnis zeigt auch, wenn wir gemeinsam Freihandel betreiben, müssen wir Mandate, die aufgesetzt werden, transparent für die Öffentlichkeit gemeinsam aufsetzen, damit wir auch von allen hier auch eine positive Reaktion drauf haben, dass wir Freihandel auch wollen und gestalten. Gesiegt hat jemand in den USA, der sich um Fakten nicht viel schert, der populistische Forderungen gemacht hat. Was passiert, wenn solche Politikansätze in Europa, auch in Deutschland Erfolg haben und zum Beispiel die 30 Prozent der Wähler, die nicht wählen gehen, plötzlich extremistische Parteien wählen? Wir haben diese Situation bereits. Wenn wir uns die Situation in Österreich beispielsweise anschauen, da ist eine rechtsextreme Partei mittlerweile fast so weit, den Präsidenten stellen zu können. Wir haben die Front National, ich komme aus Sachsen-Anhalt, wo wir 24 Prozent AfD haben. Das sind Parteien, die hier für Europa keine Konzepte anbieten, sondern populistisch unterwegs sind. Das stört ja niemanden, wenn man das als Politiker wie Sie in etablierter Parteien so formuliert, wie Sie es gerade machen. Wie wollen Sie darauf reagieren? Das heißt beispielsweise, dass wir die grundsätzliche Frage, dass die Menschen ihrerseits auch eine soziale Absicherung wollen, das heißt soziale Gerechtigkeit stärker ausleben und eben Dinge wie, und wir haben 200.000 Menschen auf der Straße gehabt zum Thema TTIP, wenn wir Freihandel entwickeln, dann müssen wir das transparent machen. Unsere Politik muss transparenter sein. Die Menschen müssen wissen, auch dass sich europäische Regierungen nicht hinter ihren Brüsseler Entscheidungen in Brüsseln verstecken können. Hier brauchen wir einen transparenteren, besseren Ansatz der Politik. Hier muss Politik viel nachholen, aber auch in der Bildung. Wir haben zu wenig Kenntnisse, die wenigsten Menschen wissen in Europa, wie europäische Politik funktioniert. Da haben ja die europäischen Politiker wie Sie eine Bringschuld. Leider nicht so wirklich, weil beispielsweise die Europa-Bildungsarbeit in unseren Bundesländern, in Deutschland beispielsweise passiert. Ich hatte mehrere Gespräche heute auch auf Panel-Diskussionen, auch auf Reaktionen auf die Wahl, wo mir alle gesagt haben, dass wir tatsächlich zu wenig Europabildung auch in unseren Bundesländern in Deutschland haben. Da muss also noch was getan werden? Ja, und ich entwickle selber Lehrmaterialien über Europa, weil es in meinem Bundesland dazu auch zu wenig gibt. Arne Lietz, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne.